Oh Leute, heute machen wir ein Freundesobby, Leute, in dem einer von uns fahren muss und einer von uns lenken muss. Das seht ihr hier, Leute. Das mache ich natürlich mit meinem besten Freund Brex. Hallo, Oli. Ihr müsst bis zum Schluss schauen, ob wir den Obby schaffen oder nicht. Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da und los geht's. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, Brex hier. Dann lass uns hier reingehen. Willst du lenken oder willst du fahren? Ich fahr. Okay, dann lenke ich. Ich kann nicht rein. Okay, dann lass uns hier rein. Ne, hier geht's auch nicht. Ich kann nur in Lenken rein, Brex. Warum? Ach so, ich glaube, einer muss lenken rein und dann der andere schnell. Mach dich bereit. Ja, mach auf. Bist du drin? Ich bin drin. Okay, ich starte. Oh, okay. Los geht's, Brex, du musst lenken, okay? Ich fahr. Okay. So. Oh, wir müssen die einholen da drüben. Du hast recht, Brex, ich geb Vollgas. Das ist echt schwer, Oli. Du darfst nicht so schnell sein. Du musst vorsichtig sein. Guck mal, die halten an. Oh, 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 oh. Was machen die denn? Mann, die kriegen's ja gar nicht hin. Oh, rückwärts. Mann, was machst du? Okay. Vollgas. Das ist ja voll einfach, Brex, hier. Rückwärts? Ja. So. Und wohin gehst du denn? Die Brücke geht doch kaputt. Brex, hier. Tut mir leid, Oli. Jetzt. Genau. Und jetzt nochmal rückwärts. Okay, jetzt vorwärts. Okay, Brex, wir schaffen das. Und, oh, 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 die müssen die sich, die sollen die sich mal beeilen. Ist so, die Blödköpfe. Komm, gib richtig Gas, ich überhole die. Okay, Brex, ich geb richtig Gas. Geht weg, ihr blöden Männer. Da ist eine Mine, da ist eine Mine. Okay, okay. Wir müssen links rum. Was machst du? Du fährst rückwärts. Nein. Oh, Mann, ey. Oh, Brex, du bist so ein Doofpart. Ich dachte, du fährst rückwärts. Nochmal jetzt, komm. Willst du jetzt mal lenken? Nein, mach du zuerst nochmal. Oh, Mann, ey, Leute, Brex, du bist so ein Doofkopf manchmal. Und jetzt schnell, gib Gas. Ich geb schon Gas. Du bist der Lenker. Okay. Okay, Brex, ich bin nicht der Lenker, du bist der Lenker. Legen Sie die Mine an. Ich leg mal eine Mine an. Warte mal. Was? Guck jetzt, bleib stehen. Guck jetzt. Guck nach hinten. Ja, ich seh's schon, ich seh's schon. Hey, Mann. Okay, Brex, ich leg jetzt eine Mine hier hin. Du hättest eine Mine hier platzieren müssen. Warte, warte, warte. Guck mal, guck mal, die kriegen's gar nicht hin da oben. Brex, los geht's. Vorwärts, vor. Brex hier. Das ist schwieriger, als du denkst. Ich muss... Das ist voll einfach. Nein, du musst das Rad nehmen. Ich geb einfach Gas, bleib gerade. Oh, pass auf, hier kommt ein Ball. Okay, warte auf. Es war noch nicht grün, aber wir sind durchgekommen. Stopp. Oh, 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 das sind richtig viele Minen, Brexie. Fahr langsam. Okay. Okay. Und weiter geht's, Brexie. Wir schaffen das. Wir sind schon richtig weit gekommen. Wir sind richtig weit, Brexie. So, komm schon. Ich glaub, hier ist es rutschig, oder? Wir haben den Checkpoint bekommen. Wir sind da schon, auf jeden Fall schon mal richtig weit. Ist so, Brexie. Und wir haben schon 115 Münzen. Und mit 80 Münzen können wir uns eigentlich ein neues Auto kaufen. Das müssen wir nachher machen. Bremse vor dem Hammer. Ich mach gar nichts. Jetzt musst du machen. Okay, Brexie. So, und jetzt. Oh. Ich schaff, Brexie. Sehr gut, Odi. Sehr gut. Voll Gas. Du musst wieder lenken. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist echt schwer. Komm schon. Du kriegst das hin, Brexie. So. Und. Sollen wir rechts oder geradeaus gehen? Geradeaus. Na gut. Aber das sind Minen. Pass bloß auf, okay? Mhm. Lenken, Brexie. Und lenken. Oh, wir sind ein richtig gutes Team. Oh, wir müssen unbedingt den Führerschein machen. Oh, oh. Warte. Nach links oder nach rechts jetzt? Nach links. Nach links, nach links. Du musst rückwärts. Okay, jetzt. Nochmal rückwärts. Warte, vorwärts. Das passt doch. Fahr rückwärts. Nochmal. Genau. Und jetzt. So. Okay, Brexie. Oh, das ist echt schwerer, als ich denke. Oh, linken. Brems. Das war richtig gefährlich gerade, Brexie. Wir werden sonst ins Eiswasser gefallen. Okay. Wir sind gleich in der Wüste angekommen, Odi. Können wir da? Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Dann lenk du doch mal, du Blödi. Ich kaufe jetzt ein neues Auto. Und? Ich habe das Eisauto bekommen, Brexie. Komm, drehen. Komm, drehen. Ich habe das Eisauto bekommen. Okay, drehen tue ich auch nochmal. Und? Was bekommen wir? Ja, ich habe drei Wiederbelebungen bekommen. Boah, das ist richtig gut. Ich bekomme... Oh Mann, ich habe nichts gewonnen. Hm, jetzt fahre ich und du lenkst. Los. Warte, warte. Ich mache kurz das Eisauto. Und? Eisauto ausgerüstet und ich lenke jetzt. Bist du drin? Okay, wir können beim Schneehügel weitermachen, Brexie. Oh, das wird jetzt echt schwer, Odi. Oh, unser Auto an. Das ist ein Eisauto. Oh, wie cool. Los geht's. Okay, ich habe vergessen, dass ich den jetzt nur noch lenken muss. Das ist doch einfach, Brexie. Ja, warte gleich, wenn du am Eis bist, wie du lenken kannst. Warte. Stopp, bleib gerade. Du musst machen. Wir sind tot. Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht. Jetzt sind wir tot. Mann, du... Oh Mann, Leute, Brexie ist so schlecht. Können wir respawn? Ich kann respawn, guck. Okay, okay, Brexie. Und jetzt fahren. Okay, Brexie, los. Mann. Hä? 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 Warum fährst du denn zurück? Ich kann wieder respawn, komm. Warte. Langsam, Brexie. Okay. Vor, vor. Okay, vor. So, und... Du musst lenken. Jetzt hier hin. Und hier. Okay, Brexie, diesmal gehen wir nach rechts. Aber da muss ich. Hör auf damit. Los, fahr einfach durch. Das ist voll leicht. Das ist voll einfach. Warte, du musst langsam, du musst langsam, du musst langsam. Du musst langsam. Okay, okay, okay. Wir schaffen das, Brexie. Guck, das ist doch ganz einfach gewesen. Weil jetzt sind wir wieder hier. Ja, jetzt musst du... Bremsen! Ich... Oh, ich kann wiederbeleben. Komm. Okay. Okay. Bisschen zurück, Brexie. Äh, ich kann gar nichts machen. Ja, toll, weil wir hier stecken bleiben. Oh, Mann. Oh, die da müssen wir aufgeben. Ich will nicht aufgeben, Brexie. Gib Gas! Äh, ich gebe Gas. Ich fahr sogar rückwärts. Ja, ja, ja. Lenk, 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 lenk. Du musst nur lenken. Ja, ich probier's, aber es passiert nix, Brexie. Doch, das Auto bewegt sich. Ja, aber nur so wenig. Wir geben auf. Ich hab aufgegeben. Oh, Mann. Komm, nochmal. Na gut, Brexie. Jetzt schaffen wir's. Ich geb Gas und du lenkst. Okay, los geht's. Ich dachte, wenn ich aufhöre, Gas... Ich muss ja... Wie bremst man denn? Mit zurück. Ah, ich dachte, wenn ich loslasse... Oh, du bist so blöd. Seit wann bremst ein Auto, wenn man das Gas loslässt? Oh, Brexie, was machst du da? Toll, unser Reifen ist platt. Gut. Ist es nicht. Brexie, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du konntest besser Gas drücken als ich. Oh, du bist so schlecht. Ich kann besser lenken. Geh rein. Schnee auswählen, Brexie. Ja, ich weiß. Okay, komm, guck, ich kann besser lenken. Jetzt haben wir dein hässliches, rotes Auto. Ey, rot ist cool. So, es ist viel langsamer als meins. Ja, siehste, warum ich Probleme hatte? Du, warum ich Probleme hatte? So, ganz einfach. Und jetzt wartest du die Kugel einmal ab. Und jetzt gehst du los. Und guck, da kann dir nichts passieren, Brexie. Ja, lenken kann ich ja. Sag ich doch. Ja, aber du kannst nicht fahren. So, los geht's, Brexie. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Oh, das war richtig knapp gerade, Brexie. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich seh, wie du das unter Kontrolle hast. So, warte. Genau, und jetzt fahr ich rückwärts, rückwärts. Und, okay, bist du bereit, Brexie? Du musst, ich brems langsam. Okay, wir fahren das Ding langsam. Lenken. Oh, ich tue es doch. Okay, stopp. Und, okay. So. Warte, wir müssen vor ein bisschen, wieder zurück. Und da drauf. Nicht auf die Biene. Du fährst. Ich lenke. Ich wüsste ja nicht, dass du rückwärts fährst. Ja, du lenkst nach links. Wir werden einfach nach unten. Guck mal, wie du fährst. Bitte, geh doch auf das Ding. Hier, Udi, du bist ein Blödi. Du bist ein doof Kopf, der nicht lenken kann. Du kannst nicht lenken. So, und jetzt fahr einfach geradeaus. Toll, jetzt bleiben wir hängen wegen dir. Wegen mir, wir müssen jetzt nach links. Wir sind jetzt in der Wiese angekommen. Endlich. Das muss einfach sein. Oh, stopp. Okay, alles gut, Brexie. Udi, was machst du? Ich warte, bis das Ding weg ist. So, fertig. Geht doch einfach lenken. Siehst du den Stein nicht? Ach so, Entschuldigung. Du bist so blind. Warte. Warum lenkst du denn so blöd? Weil du ein Blödi bist. Ich geh jetzt mit meinem Auto spielen. Ich kann das nicht mehr. Geh mit deinem blöden Auto spielen. Ich geh mit meinem blöden Auto spielen. Leute, ich glaub, ich geh jetzt alle Autos in unserer Roblox-Stadt klauen. Ich komm mit. Komm unbedingt mit. Ich schau das Video unbedingt bis zum Schluss an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist so, Leute. Ich geh jetzt mit und schau, was Brexie da tut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Brexie aus und die Videos hier oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.